So, Peace, Grüße liebe Freunde, liebe Grüße aus HEPIPIT-Durnach. Ich will euch jetzt eine Übung zeigen für die Beine auf GIM 80. Bullshit, Strong Maschine. Schaut bitte auf die Ausführung, werden viele von euch machen bei diesem Gerät. Die Ausführung leider falsch. Los geht's. Bei dieser Maschine, schaut einmal her, da hüttet ihr einen Höbel. Die meisten kann den Höbel nicht führen. Okay, was wichtig ist, kommt, wenn ich schlitten vier, wenn ich eng zusammenbleibe, geht mir außen. Wenn ich auseinandergehe, geht mir innen. Mehr als bleibt auseinander, wenn sie nicht so am Paxen haben, wo jetzt wie am Boden liegt. So, wir wollen, dass das Zweifel wächst. Wir bleiben eng zusammen. Ich drücke jetzt weg. Armst, runter, Fuß von durchstecken, halten. Beim Raufgehen, ausatmen. Wenn man fertig ist, herunter drücken, langsam der Tür gehen. Und raus drücken. Und corribe. Dann komm, ich gehe. ś